Wo bleiben denn die? Hi, Vater! Haha, na, wie geht's? Nicht so gut. Könnt ihr uns jetzt rausholen? Naja, ich weiß nicht. Ach, komm schon! Vater hinter schwedischen Gardinen? Hahaha, bitte! Und ich bekomme kein Ärger? Ja, du bekommst kein Ärger. Okay, hier die 1000 Dollar. Okay, sie sind frei. Na, endlich! Danke, Sibylle! Willkommen zum Flug Richtung Deutschland. Bitte legen Sie Ihre Sicherheitsquote an. Mama, ich habe endlich eine geile Handtasche gefunden. Mama, was passiert hier? Das sind nur Turbulenzen. Da, da brennt ein Triebwerk. Wir stürzen ab. Nein! Ich will nicht sterben. Dann wird zuerst schlafen. Ich will nicht sterben. Denn, Gott, wie ist das eine selbst. Und ich will nicht sterben. Und ich will nicht sterben. Und ich will nicht sterben. Vielen Dank.